Du hast das nicht im Ernst bekommen, oder? Doch, hab ich ihn abgeschossen! Kannst du auch Sniper nehmen dann? Dann ist es, dass ich auf die Ferne besser was sehe. Ja, am besten so ein 12-fach Risi oder sowas. Ja, kann ich tun. Spion, und da, meine Lieblingswaffe. Hat 12-fach Risi. Ja, gut, aber das wird man auch nicht so punktuell. Ich muss mir sagen, was hole ich mir jetzt? Ja, das ist aber die Qual der Wahl. Röntgensteinzmaske, Schädel, Schminke, Fassvogel... Oh nein! Wo war da? Da bin ich runtergefallen. Muss man mal zeigen, was du dann geholt hast. Kann ich sagen, gleich noch mit einbauen in der nächsten Folge. Weil wir schon 10 Minuten hier rumfahren. Hm... Noch hast du nicht? Blöd aus. Sag mal, ja. Gut, ich bin ein bisschen Totenkopf geschminkt. So... Da bin ich fast eigentlich die Helme schon besser. Ja... Aber das hast du ja ausgegeben. Ja... Die Helme... Die ganzen normalen Helme kosten ja Station Cash. So ist es... Okay... Kriegst du nur so Schminke dann... ... für diese Kürbisse. Kannst du ja einfach so lange kannst du ja im Shop einfach mal nachsperr ausziehen dann... Ähm... Was hast du für Helme gibt? Ähm... Tarnung... Hilfsmil... Kürbis... Kürbisfeld... 1.1... Punkt... Null Hinweis... Äh... Das wollte ich lesen... Hier... Traum... Was gibt's denn? Azurblau-Inferno-Schädel... 500 Station Cash oder 250 Kürbisse... Sind die das Wahnsinns? Oh... Der ist für 1000 hoch... Der Schädel... Ja... Gerade der für 1000... Der sieht immer richtig cool aus... Und du hast jetzt den Schädel Schminke gekauft... Ja... Schädel... 300... Oh... Was sind das? NS-Bonbon-Kanone... Oh... Die wär auch cool... Ich hätte 1000... Ich hätte 1000 Serts... Also ich kann's mir kaufen... Hehehe... Nein... Das ist... Hm... Frankenstein... Hättest du die Frankenstein-Schminke gehabt... Die gefällt mir auch... Ja... Und dann muss ich echt nochmal... Offscreen... Mal nach Kürbissen suchen gehen... Demnächst noch... Diese Woche oder so... Wenn ich Zeit habe... Und Kürbisse hier... Ich sag... Auf Eselmeer rentiert... Äh... Auf Horsen hier rentiert sich... Da vorne nach rechts... Was ist denn das hier? Ne... Das ist nur ein Stein... Ja... Links weiß... Rechts-Links-Schwäche... Ne... Durch diese komische Pflanzen... Wo aussehen wie Kürbisse... Aber keine Kürbissen sind... Ist das extrem schwer... Und durch die ganzen... Lichteffekte einfach... Es an mir... Kenn ich paar Punkte... Da... Weiß ich genau... Wo die spawnen... Da muss ich mal gucken... Ob es dann... Irgendwie... Vielleicht mach ich da auch nochmal... Eine Special Folge draus... Und... Suche... Wie oft ist denn der Alarm am Tag? Einige Male sogar glaube ich... Also genaue Zahl... Weiß ich nicht... Aber ich schon schon... Dass er so um die... 10 mal locker ist... Am Tag... Kann ich ja mal gucken... Hm... Kommen wir da hoch irgendwie? Na ja... Da... Na... Dann haben wir... Das hast gut getunt... Dass er so... Äh... Fast voll... Gute Berge hochkraxelt... Ja... Das ist gar nicht mal so verkehrt... Nein... Da ist nichts... Da ist auch nichts... Überleg mir grad wo ich hinfahre... Warte, hab ich mir da ganz kurz weg... Jo... Hm... Schwere Sache... Warte... Stopp... 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 Oh... Gott... Warte... Alter... Da sind die gestorben... What the hell... Ich bin wieder da... What the hell... Ich bin aus dem Sand... Äh... Aus dem... Wasser ausgestiegen und gestorben... In der Luft oder was? Bist du gesprungen? Nö... Nö... Eben... Ich bin... Äh... Ich bin... Wie aus dem Flugzeug gesprungen... Das passiert bei mir manchmal auch... Scheiß... Fuck... Da... Kürbis... Habe ich doch gesehen... Juhu... Mein erster... 300... Äh... Bombon-Pistole drin... What? Bombon-Pistole... Wo? Ne... Sah so aus... Achso... Tun die auch solche Sachen... Troppen? Äh... Ne... Leider nicht... Wart mal... Den markier ich mir mal den Punkt... Setz mal meinen Wegpunkt... Dann fahren wir nachher nochmal vorbei... Und weiter geht's... Aber solche Verstecke sind relativ beliebt... So... Die sind unter irgendwie so Bäumen... Jaja... Ich... Ich hab nicht genau erkannt... Ob da was war... Aber dann hab ich gedacht... Komm... Laufst nochmal zurück... Aber dann erst mal das Sterben... Und das... Du kannst einfach dann auch mit Flurien schießen... Kriegst du es schneller... Ja, ich hab nicht gewusst... Ob du bis dahin wieder zurück bist... Bevor sich jemand wegsnackt... Coolen Ding, Alter... Juhu... Es gibt doch voll XP... 300... 337... Hab ich es überhaupt bekommen... Oh... Da... Da ist einer... Schnell die Mäuse... Nein... Du wirst nicht im Ernst bekommen, oder? Doch... Ich hab ihn abgeschossen... Hahahaha... Huuu... 95er Kill... Hahahaha... Aber der hat doch irgendwas hier beschossen... Der hat es erwischt... Wollen wir das doch mal gucken... Einen... Einen... Einen von uns hat er... Bist du sicher? Da hat er Flasch mit dem eigenen drauf... Aber wir denkst du... Das ist kein Kürbis... Nee... Wenn da ein Flasch und... Komm... Mal gucken... Wir gehen kurz raus... Suche die Umgebung ab... Hahahaha... Ja, aber geil mit der Fiori... Hahahaha... Oh oh... Da kommt die nächste... Äh... Geh in Deckung... Da kommt der nächste... Hahahaha... Muss ich bestimmt rechnen... Komm rein... Ja, ich komm rein... Da ist nix... Hahahaha... Wie kann man das jetzt... Wollen wir mal Kürbis fahren... Irgendwas machen wir... Einfach mal... Äh... In Sky Kill... Ich gleich mal lauter drehen... Hahahaha... Weil bei mir bestimmt... Der ist ein bisschen leiser... Deswegen... Achso... Okay... Da sind die Fahrgeräusche... Vom Blösser... Zwei lauter als du... Oh... Okay... Das ist nichts... Oh... 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 Nein... Oh... Glück gehabt... Hm... Oh... Wollen wir nochmal zurückfahren... Ja... Hier sieht noch nichts aus... Vielleicht da vorne zwischen dem... Ja... Fahren wir mal zurück... Ähm... Zurück, oder? Ja... Fahr nochmal zurück... Und dann... Die andere Seite runter... Also hier sehe ich jetzt... Ja... Gerade mal da vorne rechts... Jetzt rechts rum... Und dann unter den Bäumen nochmal gucken... Bin mir nicht ganz sicher... Hier... Mal langsam... Hm... Ne... Ich seh da jetzt gerade nichts... Ja... Da mal gucken... Mal da was finden... Dann rappe ich so lange... Ja... Höh... 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 Mal da über 20 FPS rauskommen... Bin ich mal... Gut... Wir sind jetzt auf... Ja... Bin ich halt... Ich fahr mal zum... Bleibenpunkt nochmal schnell... Und danach... Ähm... Fahren wir mal zum Ding... Fahr mal zum drücken... Vape und fighten noch ein bisschen... Genau... Dann sind es mehr... Zwei Minuten... Dann wird die Aufnahme rum... Also die... Zweite Folge schon... Abgedreht... Also ich guck kurz da... Unter den Bäumen noch... Ob da noch was ist... Denk ich dir mal drüben liegt... Weil da kannst du mal... Punkte setzen wo das war... Okay... Nämlich... Du oben fliegt auch noch die... Äh... Die... Zwei Skytrom... Vorsicht... Eine ist gegen den Berg zerschellt... Also einmal ins Team anladen... Ich hab's abgeklärt... Du kannst rein... Mhm... Will mich nicht... Du bist... Warte das... Ne... Du bist immer noch Leader... Ja... Warte... Du bist immer noch Leader bist... Ja... Wie komm ich denn nicht mehr raus... Hä? Haben wir ins Team einladen? Ach so... Du musst erst aus dem anderen rausgehen... Und dann... Ne... Ich bin ja auch... Ich bin noch hinter dem... Also jetzt bin ich Leader... Jetzt geht's... Also jetzt musst du... Wo musst du hin... Hier hin... Einfach den Wegpunkt setzen... Genau... Hier hin... Wollten wir uns hinter uns den Ding holen... Den... Lightning... Oh... Kriegen wir denn wieder Fiori? Ja... 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 Wenn wir ein bisschen... Oh ja... Und noch Kill... Super... Hehehehehehe... Ich mir mal einen Freude... Gestern... Ähm... Alleine mit dem Razor... Mit der Flurie... Ähm... Zwei... Ähm... Lightning runtergezogen... Alter... zur Stine in Leid punk... Da ist lass... Alleine mit der Flurie... Oh ja... Zeig... Ich sih die... Seh das... ... Halloa! Аb... Untertitelung des ZDF, 2020